Günther Karl-Georg Lüders war ein deutscher Schauspieler, Hörspielsprecher und Regisseur. Leben der Sohn des Reders und Kaufmanns Karl Lüders und seiner Ehefrau Anna Dorothea, Geb. Brüggen, begann nach dem Besuch des Realgymnasiums bis zur Primarreife von 1921 bis 1923 eine kaufmännische Lehre. Nach Schauspielunterricht bei Karl Heitmann wurde er 1923 Mitglied der Wanderbühne des Städtebundtheaters. In den 1920er Jahren spielte er in Lübeck, Dessau und Frankfurt am Main. Ab 1934 war er an Berliner Bühnen engagiert. Im selben Jahr erhielt er seine erste Filmrolle im Spionagefilm Die Insel. Wegen seiner kritischen Haltung gegenüber den Nazis wurde er 1935 für drei Wochen im KZ Esterwegen gefangen gehalten. Dennoch spielte er in der Folgezeit bis 1945 weiterhin in verschiedenen Kinofilmen mit. Nach dem Krieg fand er zunächst Beschäftigung an Bühnen in Flensburg, Lübeck und Hamburg. Von 1947 bis 1954 spielte er unter Gustav Gründgens am Schauspielhaus Düsseldorf. Lüders war einer der gefragtesten Theater-Mimen seiner Zeit. Das Theater bot ihm denn auch mehr als der Film die Möglichkeit, die ernsten Facetten seiner Schauspielpersönlichkeit zu zeigen, so als Polonius, als Elwood P. Daud, als Hauptmann von Köpenick oder seiner letzten Rolle als Professor Unrat in Peter Zadegs Bühnenfassung des Romans. Lüders erhielt nach dem Krieg aber auch weiterhin kleine Filmrollen, in denen er sich oft von seiner komischen Seite zeigte. Die beiden bekanntesten Filme mit Günther Lüders dürften drei Männer im Schnee nach dem Buch von Erich Kästner, in dem Lüders den Diener Johann Kesselhut spielt, und das sündige Dorf 1954 sein. Lüders war auch als Filmregisseur tätig. So führte er u.a. in Wenn wir alle Engel wären sowie in ihr 106. Geburtstag-Regie. Bekannt wurde Lüders auch als Interpret der Gedichte von Joachim Ringelnatz, Christian Morgenstern oder Wilhelm Busch, die er auf erfolgreichen Rezitationsabenden sehr differenziert vorzutragen pflegte. Eine Auswahl davon brachte er auf Sprechplatten heraus. Aber auch ernstere Literatur, wie Z. B. Thomas Manns Buddenbrooks, Tonio Kröger oder Goethes Reinicke Fuchs versuchte Günther Lüders auf Vortragsabenden und Schallplatten sprechend zu vermitteln. 1960 bis 1963 war er Schauspieldirektor des Württembergischen Staatstheaters Stuttgart, wo er ab 1962 als Regisseur und Schauspieler engagiert war. Darüber hinaus gastierte er häufig an anderen Bühnen, unter anderem 1964 am Wiener Volkstheater in König Niccolo von Frank Wedekind. Lüders war in einer großen Anzahl von Hörspielen als Sprecher im Einsatz gewesen. Die ARD-Hörspieldatenbank verzeichnet allein für den Zeitraum ab 1946 weit über 100 Produktionen, bei denen er vorwiegend in Hauptrollen zu hören war. In diesem Metier war er auf kein bestimmtes Genre festgelegt. Zudem war er im Hörfunk auch noch in weiteren Funktionen tätig. Z. B. sprach er in den 1960er Jahren Texte für Hans Rosenthal's satirisches Monatsmagazin Die Rückblende, das im Rias ausgestrahlt wurde. In Anerkennung seiner Leistungen als Rezitator wurde ihm 1974 der Deutsche Kleinkunstpreis verliehen. Seine Grabstätte befindet sich auf dem Burgtorfriedhof in Lübeck. Auszeichnungen 1962, Ernennung zum Württembergischen Staatsschauspieler 1970, Ehrenplakette des Senats der Hansestadt Lübeck 1970, Kunstpreis des Landes Schleswig-Holstein 1974, Deutscher Kleinkunstpreis in der Kategorie Rezitation. melanchthon Nexin 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 Bushin Nexin Vielen Dank.